Das mit der Eisenspitzsacke. Warte, geht weg. Komm her! Hast du eine Eisenspitzsacke? Sicher. Fackel! Safety Torch! Ja, danke, dass du auf dem Weg geräumt hast. Äh, Lenny, ich baue zwei nach hier. Du baust zwei in die andere Richtung deinen Gang. Mh, all. Du baust... warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Hier, hier rein, hier rein. Hier. Noch einen, warte. Full map. Jot. Hä? Achso. Zwei dazwischen? Achso. Das geile ist, die minimap hat immer noch den großen Baum geladen bei mir. Joll. Der große Baum hat das Teil ja einfach so abgefuckt. Ah, Lidor. Options da. Wir sollten uns, glaub ich, auch mal Eisenspitzsacken machen für Zeug, das wir sonst nicht abbauen können. Hä, warum Eisenspitzsacken? Wir haben doch eben noch Rubies abgebaut. Ja, oder so. Warte mal, die hab ich. Kannst du uns die vielleicht geben? Wie ne Magnet hat er die? Ne, den Magnet hab ich grad aus. Okay. Fresh. Ich kann euch die geben, sicher. Habt ihr ne Workbench mit? Äh, ich bin hinter dir. Tania. Ich hab, nein. Äh, hier mitnehmen. Ähm, hier mitnehmen. Ich baue hier zwei Spitzsacken für uns, sondern... ... noch mehr Spitzsacken. Oh, das sind richtige Emeralds. Mhm. Da stand da, äh, den Sign, äh, Emerald-Ohr. Dann kommen da mehr raus, automatisch. Bei Design kommen immer mehr Sachen raus. Steht denn, ist aber egal. Ich glaub, ich hab grad mit einer Flasche gegen meinen Bildschirm gehauen, um die Fliege zu schlagen. Bist behindert. Ja, oder? Kommst du mit nach oben, oder? Soll ich dir das mitbringen, äh, Spitzsacken? Oh, ich bin dann schon auf dem Ground. Richtig. Auf Höhe elf, ne? Äh, zwölf. Elf. Zwölf. Zwölf. Elf. Zwölf. Zwölf. Ich geh auf elf. Also ich geh mal auf zwölf. Ich geh mal auf elf. Ich geh mal auf zwölf. Zockarrohr, zockarrohr, zockarrohr. 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 So. Fackel. Werd ich mal sagen, ja. Haben wir jetzt eigentlich mal Lead oder Silver? Ah, Lead. Wir können gleich auch noch bald ein Leadstone engine. Lenny, ich hab Spitzsacken. Kommst du gang? Wie backe ich denn? Oh, jetzt. Da. Project Red. Äh, ne Pflanze? Mhm. Die Whiting Lily. Aber benutzt zum Stein abbauen die Steinspitzsacken. Okay. Mehr Rubies. Sachen wollt ich gar nicht kennen. Wie. Du 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 du. Hebe debe debe debe. Okay mit dem Lead können wir uns eine Leadstone engine bauen. Wat mit dem Lead? Achso mit dem. Nein es heißt nicht lead. Lead im Sinne von blind. Doch es heißt lead. Nein. Schlapp schnapp. Zumindest mit meinem schwulen britischen Akzent heißt es lead. Ja, mit deinem schwulen britischen Akzent. GAY! Gravel Ja du bist gay Lenny, wissen wir Warum muss hier so viel Gravel sein? Gravel Krab der mal ein bisschen außenrum Rubberwood Gravel Krapfel Krapfel, Krapfel Ich kenn nur Krapfen Krapfel, genau Grapschwel Ja, das ist auch noch Samen, dann macht das auch noch Grapschen, genau Masal Antacke In den Tod reißen Urkundenangriff Urkundenangriff Ja Und Aschestaub Affel entwickelt sich zu Anwalt Spasti Jura Student Entwickelt sich zu Anwalt Ich bring mal ein paar Wawa-Wawa-Zipplinge mit Wir haben schon ein paar Ja Oh Gott, hier sind ein paar Wawa-Bäumen, die gefeuert sich alle ab Kann man ja gebrauchen Redes ohne Ich hab auch schon mit zu sagen Ja, Redestein Redestein Wir haben so'n Schaden Aber ich komm in dein riesengroßes Tunnelgebiet Traurig Traurig aber ja 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 ist ne Marke, ne Ja Können die eigentlich jeden verklagen, weil man immer Ja sagt Ja Es gibt Gibt's bei Rewe Ja Ja Es gibt auch Dance Coal Dance 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 Boah was war das? Was war WTF? Alter Spacken Alter Spacken Jetzt Dehnse Oh Jolt cool Jolt Ich glaub hier hat jemand ne große Nase Adrian wusste was du vergisst Der verreckt erstmal Ja das war wie in dem Geräusch Wo ich grad gemacht hab so Hey Todstuhl hab ich hier Was taubst hier hast du? Joloreit Joloreit Ja für den Reaktor Oh und ich hab ganz viel Lava gefunden Oh und ich hab ganz viel Lava gefunden Meine Sterben Weil ich Hunger habe Oh und Emerald Oh und Diamant Oh Oh 6 Diamanten cool Jolore Cool 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 Ey big dislike ey Wie groß ist der Dislike Wie groß ist der Dislike Big Dislike alter Joloreit Ui Kilipepper Tomate und Okra Okra Hallo man freut sich über alles Leni Ich freu mich auch immer über alles Ich freu mich auch immer über alles Willst du den Rülpser eigentlich rauspiepsen? Ne Dann müsste ich meine ganzen Folgen mal durchpiepsen Ja Ja Das würde auch nichts ausmachen So ich geh jetzt nach oben Zentusieren 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 Und sie dann zentus drüber machen Hm Hehehehe Hehehehe Ich glaub wenn ich einen Soundball machen würde Würde ich einen Rülpser Sound machen Einen Furz Sound Einen Behinderten Sound Also Stickies reichen auch Ne ich hab kein Holz Weil ich ein guter Streicher war Bright Ich hab nur 88 Bright 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 Ich hab gar nichts Bright Bright Lassli 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 Schissel mal Dizzle Schissel mal Dizzle Schissel mal Dizzle Ach wizzle Schissel rwizzle Bam Buh da B Chatz da Bum Oh schissel di Dizzle Fizzle me ma wizzle yoi Esel am Diesel, Stesel am Wizzle Äh...Turtle Turtletäubchen, regnet das grade? Ein Turtletäubchen? Äh, ich brauch drei, ab dir drei Diaz für mich? Ja, nein, ich brauch bitte drei Diaz Warte, ich baue noch eben den Redstone, das ist immer hier ab und dann komm ich runter Ne, ich komm schon runter Ich brauch schon ne Turtletäubchen Stell ne Turtletäubchen auf mit Excavate Äh, hi Bist du rechts oder links? Äh, ich bin der Linke, aber ich komm grad zurück Ist eigentlich völlig egal, weil... Bestimmt Lenny hat sich immer zu mir rüber gebaut Sind nur zwei davon entfernt, mein ich Ja, das auch, aber Lenny Oh, warum ist das hier dunkel? Da steckt Ich hab ein halbes Herz Hä? Guck mal, du hast ein Achievement dafür Diamonds to you Ja, ich weiß, voll toll das Achievement Ich bin da, wenn man dabei ist, ne? Hä? Happy Diamonds to you 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 Happy Diamonds dear Flash Happy Diamonds to you Happy Diamonds to you Warum nehm ich eigentlich mit so bekloppten Leuten denn mal auf? Äh Weil das dir das bekloppten Projekt reloaded ist Au, die nächsten Generation Keep Diamonds to you Was brauchen wir noch? Oh ich brauch Sand, ich brauch Sand Ich hab grad leider nicht dabei, tut mir leid. Soll ich vielleicht ne Erzekiste machen? Äh, guck dir mal meine Kiste oben an. Kann ich meine Erze einfach dazulegen? Ja, dann sind das aber meine. Silber Ohr, Silber Ohr... Flash behält immer gerne alles. Ja. Flash muss sich auf konzentrieren. Ach, dann brauch ich halt einfach ne Erzekiste, ey. Auf Wunder am Arsch. Du bist einfach bei mir rein. Da kommt das schon nicht weg. Hä, ich verwende das für sinnvolle Sachen. Oh, es fliege XP in meine Richtung, wuuuh. Weg, Zombie, ich hab 20 EP jetzt. Hau ab. Und ich hab nix zu äsen. Doch, ich hab noch Fleisch. Äh, kannst du vielleicht ganz weggehen, während ich mein Grabstein abbohre, danke. Ich kann auch einfach mal genäht ausschalten. Machst du mal bitte? Danke. Hinter dir. Ähm. So, hab alles. Wo hat er denn Magneten her? Ja. Als Flash hat man immer Magnet. Ich bin so anziehend. Äh, Lenny, du musst dir halt vorstellen, er ist einfach so schnell, dass seine Manschettenknöpfe als Magneten wirken. Ja. Weil die sich permanent im Kreis drehen. Das ist richtig. Das ist die total richtige Aussage, die WTF betätigt hat. Nicht. Und nein.